So sieht man nicht alle Tage aus wie die Schere. Er hat den Trialspot. Neu treffen hier. Viele sagen, es wird schon anweilig. So viel wird der Gewinn auf der anderen Seite. Man muss das sportlich einmal anschauen, was der Typ da abführt. Hinbaus für die Geschwindigkeit. 16 Sekunden unter Ricks. Jetzt gerade mal 20. Wie viel Konzentration macht er? Töne! Wuuu! Jawoll! Unglaublich! Und da wurde natürlich aufgelagert von ihr und über seine Zeit. Eher und in diesem Zeitstrahl. Und auf alle Fälle von euch. So, Feuerziel an. Noch ganz genau. 15 Sekunden für den Champion. Wahnsinn! 10! Jawoll! Und auf alle Fälle.